hallo hallo ihr lieben ja ich hoffe euch geht es gut ich bin hier gerade im wald mit dem hund spazieren und möchte mit euch diesen gedanken teilen und zwar wie leicht es sein kann wie leicht es sich anfühlen kann im leben wenn ich die wahren ansichten über mich über mein sein über unser leben über unsere schöpfung über alles wirklich immer tiefer und tiefer in mich hinein sinken lasse und mich in der göttlichen wahrheit bade ja für die die mich jetzt zum ersten mal sehen mein name ist patricia dender ich bin master of divine healing und master of divine creation und gründer und geschäftsführerin von my well ceiling punkt com und im moment haben wir ein absolutes highlight produkt die frau die alles hat ein zehnwöchiges mastermind in einem unglaublich genialen format und zwar als gruppe zusammen einmal in der woche in einem coaching mit mir und gleichzeitig wirst du begleitet von der mentorin deiner wahl und wenn du jetzt buchst und mit uns reist vor dem 24 7 hast du noch mein geburtstag special dabei und zwar ein 1 zu 1 coaching individuell von mir mit dir mit mir für dich im wert von 650 euro alle angaben zu diesem mastermind findest du unten in der beschreibung und vergiss nicht wir haben gerade diese woche eine wunderbare challenge wer du wirklich bist ja zu dem thema von dem video diese leichtigkeit diese leichtigkeit die du dir so sehr wünscht die sich so wahnsinnig gut anfühlt die sich so frei so gut und richtig anfühlt die kannst du erreichen indem du anfängst all das was du früher mal geglaubt hast über dich über das leben über die welt und vor allem über die anderen menschen wenn du das berichtig ist wenn du das in die göttliche wahrheit bringt weil vor allem die anderen menschen haben uns so sehr wehgetan so sehr abgelehnt so sehr beleidigt so sehr unterdrückt was auch immer uns geschehen ist scheinbar von anderen menschen ist nur geschehen auf basis von unseren eigenen überzeugungen die durch uns ausgedrückt werden und andere menschen sind uns dienlich diese überzeugungen zu sehen zu erkennen und auch zu fühlen und der einzige ausweg daraus ist die wahrheit zu erkennen und zu erkennen dass es wirklich nichts anderes war was dich unterdrückt hat was dich abgelehnt hat was dich gescholten hat geschimpft hat was dir wehgetan hat was auch immer dass es nur deine falschen überzeugungen waren es waren deine falschen überzeugungen es waren deine falschen glaubenssätze es war das was dir so wehgetan hat und was dir das außen was dir das leben gezeigt hat und wenn du das verstehst und jeden tag ein bisschen tiefer in dich herein sinken lässt dann gehen diese ganzen lügen weg die dich so belastet haben die dich so geschmerzt haben all das einengende und die dich so beängstigt haben diese lügen die sich so beängstigt haben die ich in furcht und angst versetzt haben ja all das kannst du loslassen und zwar nicht einfach so das weiß ich aber du kannst loslassen wenn du weißt wer du wirklich bist und woher diese ganze scheiße kommt ich lade dich ein schau dir die challenge an hier auf dem youtube kanal jeden tag ein neues video so kannst du auch die mentorinnen kennenlernen die zu deiner begleitung zur verfügung stehen und letztendlich sind es nicht wir die alles um kreieren für dich sondern du machst es selber wir zeigen wir nur wie es geht wenn ihr das video gefallen hat geholfen hat bitte gib mir ein like damit auch andere menschen diese videos sehen können und abonniere meinen kanal damit du keins mehr verpasst danke dir bis bald ciao